In diesem Märklin Erklärvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Blockstrecke realisieren, damit Sie mit mehreren Lokomotiven auf einer Strecke fahren können. Alles, was Sie dazu brauchen, sind ein paar Signale und Kontaktgleise, um Ihre Blöcke zu bauen. Bei einer Blockstrecke halten Lokomotiven automatisch bei Rot an, wenn der Block vor Ihnen noch besetzt ist, und fahren wieder bei Grün automatisch los, sobald der Block frei wurde. Bevor Sie das Ganze auf Ihrer Modellbahn aufbauen, können Sie das auch in Ihrer Central Station 3 im Gleisbild simulieren. In diesem Fall haben wir drei Signale aufgestellt und drei Kontaktgleise auf der Strecke verteilt. In diesem Beispiel ist es folgendermaßen aufgebaut. Fährt ein Zug in den Block Kontakt 1 hinein, schaltet das Signal S2 auf Rot. Verlässt der Zug den Block wieder, wird das Signal S1 automatisch auf Grün geschaltet. Fährt der Zug in den Block K2 ein, schaltet das Signal S1 wieder auf Rot. Und verlässt dieser Zug diesen Block, wird das Signal S3 automatisch auf Grün geschaltet. Wenn Sie das jetzt auf Ihrer Anlage planen, ist es wichtig, dass Sie diese Anlage in mehrere Blöcke aufteilen. Dabei muss es immer einen Block mehr geben, als Sie mit Lokomotiven auf Ihrer Anlage fahren, denn es muss immer ein Block frei bleiben. Auf der Website finden Sie bei Märklin noch ein PDF zum Download mit weiteren Tipps zum Bau einer Blockstrecke. So, dann fangen wir an, indem wir ein Kontaktgleis für jeden Block aufbauen. Dazu brauchen Sie die Flachsteckhülsen und die Mittelleiterisolierung für das C-Gleis. Davon werden wir jetzt eine ganze Menge brauchen. Jetzt brauchen Sie ein Kabel, das Sie auf beiden Seiten abisolieren und mit der Flachsteckhülse verbinden. Die andere Seite des Kabels wird später mit dem Rückmeldedecoder verbunden. Dieses Gleis wird jetzt unser Kontaktgleis werden. Dazu schneiden wir das auf beiden Seiten mit einem Seitenschneider an den Kontaktbrücken auf. Das zeige ich Ihnen ganz kurz mal im Detail. Dazu nehmen Sie einen Seitenschneider und trennen genau an dieser Stelle auf der einen Seite und an derselben Stelle auf der anderen Seite des Kontaktgleises. Wie Sie jetzt sehen, sind diese beiden Bereiche unterbrochen. Jetzt brauchen wir die kurzen roten Zapfen der Mittelleiterisolierungen und stecken die an der Außenseite unseres künftigen Kontaktgleises am Gleis an und an einem Gleis vor diesem Gleis. Auch hier an der Außenseite steckt man die beiden Gleise zusammen, sind wir schon fast fertig. Jetzt ist das vordere Gleis rechts unser Kontaktgleis, das wir jetzt gleich mit unserem blauen Kabel verbinden werden und das Kabel auf der anderen Seite mit unserem Rückmeldedecoder S88 verbinden. Diesen Schritt wiederholen Sie jetzt dreimal für alle unsere drei Blöcke aus diesem Beispiel. So, noch zusammenstecken und jetzt können wir das blaue Kabel mit dem Rückmeldedecoder S88-Link verbinden. Dazu müssen wir allerdings den Decoder noch irgendwo mit einer Masse verbinden, möglichst nah am ersten Kontaktgleis. Wie Sie diesen S88-Decoder direkt anschließen, haben wir Ihnen bereits in einem weiteren Erklärvideo gezeigt. Jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass unsere Züge auch anhalten und dafür nehmen wir ein Blocksignal von Märklin. In diesem Fall ein Lichtsignal oder auch ein Flügelsignal. Wie Sie diese beiden Signale anschließen, haben wir Ihnen bereits in einem anderen Erklärvideo für MFX-Signale gezeigt. Na und wenn Sie das bei sich zu Hause jetzt aufgebaut haben, dann dürfte das in etwa so aussehen. Wir haben auf der linken Seite das Kontaktgleis und auf der rechten Seite und in der Mitte, da ist der Bremsabschnitt mit unserem Signal, sodass der Zug automatisch auf rot schaltet, wenn er das Kontaktgleis überfahren hat. Na und was Sie jetzt in Realität auf Ihrer Anlage aufgebaut haben, müssen Sie natürlich auch noch im Gleisbild der Central Station 3 anschließen. Wie Sie das genau machen, haben Sie möglicherweise schon in den anderen Erklärvideos zum Link S88-2 und den Kontaktgleisen gesehen. Aber hier nochmal in langsam. Sie legen verschiedene S88-Kontakte jetzt an für Ihren ersten Block, den zweiten Block und den dritten Block und können jetzt im Gleisbild auch bearbeiten, wo diese Blöcke genau liegen sollen, sodass das Gleisbild auf Ihrer Central Station 3 möglichst identisch ist mit dem, was Sie in Realität vor sich auf der Anlage haben. So, jetzt können wir die Ereignisse planen. Klicken Sie dazu auf Neues Ereignis und geben Sie dem Ereignis einen Namen, in diesem Fall Block 1 Einfahrt. Wenn jetzt also unser Zug in den Block 1 hineinfährt, dann soll Folgendes passieren. Es soll nämlich das Signal hinter ihm auf rot geschaltet werden. Also definieren wir in diesem Fall die Stellung des Kontaktgleises, in diesem Fall gelb. Der Zug soll mit seinen Märklin-H0-Radsätzen das Kontaktgleis auslösen. Dann soll das Signal dahinter auf rot umgeschaltet werden. Dazu klicken Sie auf das Signal und stellen hier rot als Stellung ein. So, jetzt können wir den Block 1, die Ausfahrt definieren. Bedeutet, wenn unser Zug aus dem Block 1 herausfährt, wird unser Signal 2 geschaltet. Bedeutet, die Stellung wird grau für ausfahrend und schaltet in diesem Fall auf grün. Auch das können wir kurz testen. So, jetzt kommt unser nächster Block. Block Nummer 2, die Einfahrt. Und in diesem Fall ist es dasselbe Spiel. Wir legen wieder an, über welches Kontaktgleis unser Zug drüberfahren soll und sagen, der Zug ist wieder einfahrend. Und jetzt soll das Signal 2 auf rot schalten. Stellen die Stellung also hier richtig ein und sagen OK. Und jetzt können wir das nächste Ereignis anlegen, nämlich Block 2, Ausfahrt. Wählen in diesem Fall wieder den Block 2 als schaltendes Gleis. Jetzt ziehen wir unser Signal S3 in die Auswahl der Ereignisse und stellen auch hier die Stellung wieder richtig ein. In diesem Fall ist es ja schon richtig, es ist grün. Fehlt noch unser letzter Block, Block 3. In diesem Fall als erstes wieder die Block 3 Einfahrt, die das Signal S3 auf rot schaltet und die Block 3 Ausfahrt, die dann das Signal Nummer 1 wieder auf grün schaltet. Empfehlenswert ist es, diese automatische Steuerung erst mal ohne Lokomotiven zu testen, indem Sie einfach nur mit dem Finger auf die drei Kontaktgleise tippen und sehen, ob die Steuerung richtig läuft und die richtigen Signale auf rot oder auf grün schalten. So, wenn alles funktioniert, dann können Sie jetzt das Spielchen mit den echten Lokomotiven wiederholen und haben in diesem Fall mal beide Lokomotiven auf eine Geschwindigkeit hochgefahren und werden sehen, dass die wunderschön jetzt in den jeweiligen Blöcken automatisch anhalten oder automatisch wieder losfahren. Ja, und auf diese Weise können Sie jetzt auch eine schöne Bahnhofsteuerung realisieren, bei der eine Lokomotive in ein Gleis hineinfährt, dort automatisch bei rot anhält und einer anderen Lokomotive grün gibt, die dann eben aus dem Bahnhof wieder herausfährt. Und genau das zeigen wir Ihnen in einem weiteren Erklärvideo. Vielen Dank. Vielen Dank.